Davino, nicht Bergschlager spielen! Oh nein! Weil Anna total viel Angst hat und sie sich so verunsichert fühlt. Ich hoffe, er hat geschubst mir an. Was hast du denn? Ich hab dich nicht verreizt. Ich bin sehr gut. Wenn du fühlst, ich fette dich ja so weg. Wir wurden abgezogen von diesem kleinen fetten Pony. Abgezogen, einfach so!